Die Pulsnitzhalle in Ortrand, 17. März, 16 Uhr. Die Mitglieder des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz stehen in den Startlöchern zu ihrer Sitzung. Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil wichtige Themen. Eine Strukturveränderung der Integrationswerkstätten GGMBH Niederlausitz, Veränderungen am Familiencampus in Klettwitz und die Rekommunalisierung des Rettungsdienstes sind nur drei davon. Rege Diskussionen auch in der Einwohnerfragestunde. Besorgte Bürger melden sich zu Wort. Die Themen hier, die Ukraine-Krise, Corona und die Impfpflicht. Dazu Landrat Sigurd Heinze. Es gab natürlich Sorgen von Bürgern im Hinblick auf die Impfpflicht für Einrichtungen, aber eben auch hinsichtlich der immer noch im Gespräch befindlichen allgemeinen Impfpflicht. Und das hat dann zu einem Austausch geführt, zu Diskussionen. Es gab Kritiken, aber auch der Versuch von Antworten. Nicht jedem hat die Antwort bestimmt gefallen, die er bekommen hat, aber es war im Großen und Ganzen doch wirklich eine sehr gute Kommunikation mit den Bürgern und das sollten wir so weiter fortsetzen. Insgesamt gibt es 17 Beschlussvorlagen, über die die Abgeordneten abstimmen. Und nicht alle Fragen können geklärt werden. Zum Beispiel bei der geplanten Rekommunalisierung des Rettungsdienstes. Was ist eigentlich geplant? Die Absicht ist die, den Rettungsdienst zum Landkreis zurückzuführen. In Elbe-Elster war das schon immer so. In Spree-Neiße wird es jetzt auch dazu kommen. Und in Cottbus gab es immer die Berufsfeuerwehr inkludierte Rettungsdienst. So soll es also quasi wie in Spree-Neiße auch beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz organisiert werden. Und der Landkreis wird über eine kommunale Rettungsdienst GmbH diese Aufgabe bewerkstelligen. Eine eher organisatorische Maßnahme, die der Bürger gar nicht zu spüren bekommt. Dennoch erhofft sich der Landkreis Vorteile durch einheitliche Standards, direkte Handhabe und ja, auch Arbeitskräftesicherung im Bereich des Rettungsdienstes. Doch könnten die neuen Strukturen das Netz der Hilfsorganisationen behindern? Wird ein kommunaler Betrieb des Rettungsdienstes am Ende nicht zu teuer? Diese Fragen müssen jetzt noch geklärt werden. Erst dann wird der Kreistag darüber entscheiden. Wann kann das sein? Das hängt davon ab, wie wir in der Lage sind, als Verwaltung dem Kreistag die dafür erforderlichen Unterlagen für eine Entscheidungsfindung vorlegen zu können. Und das könnte noch im Laufe des Jahres 2022 sein, allerspätestens im Jahr 2023. Die GmbH zu gründen und sie dann auch zu betreiben, wird vor 2023 nicht möglich sein. Der Familiencampus in Klettwitz mit der Altenpflegeschule und Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche. Die Suche nach einem Träger ist bisher gescheitert. Nun will der Landkreis die Geschicke des Standortes selber in die Hand nehmen. Also es geht darum, dass der Bereich der sogenannten Altenpflegeschule, aber eben auch der Jugendhilfe mit allen Angeboten, die in Klettwitz vorhanden sind und auch ProKids in Lauchhammer erhalten und fortgeführt werden sollen, beziehungsweise es auch noch eine weitere Entwicklung geben soll. Wir werden diese derzeitig noch beim Klinikum vorhandenen Strukturen herauslösen und sie in kommunale Trägerschaft, in Trägerschaft des Landkreises übernehmen und dann auch selbst über zwei Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die jetzt schon da sind, die wir also käuflich erwerben werden, dann übernehmen und weiter betreiben. Und auch der Rettungsdienst könnte am Standort Klettwitz dann eine neue Bleibe finden, neben den vorhandenen Rettungswachen. Auch im nichtöffentlichen Teil der Kreistagssitzung sind wichtige Entscheidungen getroffen worden. Dazu der Landrat. Und es gab auch einige Vergaben dann im nichtöffentlichen Teil für Aufträge, die erteilt werden sollen und müssen bis hin zum Erwerb der Liegenschaften und der Immobilien in Klettwitz und Lauchhammer. All das hat der Kreistag beschlossen und war das sozusagen eine dann am Ende runde Kreistagssitzung. Die, so der Landrat weiter, am Ende fünf Stunden gedauert hat. Zeit für Entscheidungen, die die Entwicklung im Landkreis vorantreiben. Und dafür gilt den Abgeordneten an dieser Stelle ein großes Dankeschön.